Mein Name ist Markus. Ich habe an der TU Ilmenau Elektrotechnik und Informationstechnik studiert und konnte während meines Masters Teilzeit am IMMS arbeiten. Dort ging es darum, eine Messplatform mitzuentwerfen für integrierte Schaltkreise. Als Student war ein Aha-Moment, dass die Theorie und die Praxis sehr selten übereinstimmen und gewisse Dinge, die theoretisch funktionieren, aber dann in der Praxis doch deutlich Probleme darstellen können. Die Betreuung war sehr gut. Es wurde sich immer Zeit genommen, wenn ich Fragen hatte und auch darüber hinaus wurden mir weiterhin hilfreiche Tipps gegeben und Hinweise. Ich bin stolz darauf, als ich hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter halbtags angefangen habe, dass ich direkt in ein Projekt eingestiegen bin, bei dem ich sehr viel Freiheiten hatte und ich es hinbekommen habe, ein System von Grund auf zu entwerfen und dass es im Laufe des Projekts sich als solide bewährt hat. Ich bin stolz darauf, in meiner Bachelorarbeit ein energieautarkes Messsystem aufgebaut zu haben, welches LFA-Teststreifen vermessen kann. Auf meine Arbeit wurde ich durch das Studium schon gut vorbereitet. Vor allem die ganzen praktischen Fertigkeiten konnte ich dann hier am IMMS lernen. Ich bin hier am IMMS, weil für mich alles passt. Und auch schon als Student konnte ich durch die flexiblen Arbeitszeiten und die örtliche Nähe zur Uni in Freistunden weiterarbeiten. Ich möchte mich am IMMS in der Zukunft gerne weiterverwirklichen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020